Kala produziert seit 176 Jahren Porzellan in Deutschland. Porzellan ist bei weitem kein ganz traditionelles Produkt mehr. Kala hat es nämlich geschafft, NFC-Transponder und RFID-Transponder Spülmaschinen fest mit dem Porzellan zu versiegeln. Das bedeutet, wenn man ein Werbemittel von uns verschenkt, wie zum Beispiel diesen Cuphead-Becher, verschenkt man auch eine ganze Welt an Markenkommunikation, Verkaufsförderung und an Employer-Branding. Für die Markenkommunikation mit Porzellan empfehlen wir den Cuphead-to-go-Becher, ein sehr umweltfreundliches Produkt, das den Unterwegsgenuss unterstützt. Man kann den NFC-Transponder mit einem Smartphone auslesen. Das funktioniert mit Android-Telefonen genauso wie mit Apple-Geräten. Und wenn ich den NFC-Reader mit dem Transponder in Berührung bringe, dann öffnet sich eine individuelle URL. Die Anwendungsbeispiele sind natürlich sehr vielseitig. Ich kann Coupons versenden, ich kann Gewinnspiele durchführen, ich kann kleine Geschenke machen, Filialen oder auf Standorte teilen, Informationen, Videos, Bewegtbildmaterial, multisensorische Kommunikation umsetzen. Ich kann Trainingsmodule hinterlegen für meine neuen Mitarbeiter auf eine sehr spielerische Art und Weise, Stichpunkt Gamification. Und das ist Ihre Fantasie überlassen, in welche Welten man da eintauchen möchte. Das kann man von externen Steuern mithilfe einer Cloud-Lösung. Das Cloud-System erlaubt es nun, jeden einzelnen Artikel in Echtzeit anzusteuern. Das heißt, jeder Chip hat eine weltweit einmalige Fragestellnummer und kann dann durch dieses sehr bedienerfreundliche System wunderbar angesteuert werden. Sobald ich mich jetzt mit einem Gefäß verbinde, startet die Anwendung in Echtzeit und ich kann sie über dieses Cloud-System wunderbar verändern. Das heißt, wir sehen sofort eine Kampagnenstatistik, wir sehen, wie oft dieses Gefäß aufgerufen wurde und wir können auch im Rahmen einer Heatmap die Aktivität sehen. Wenn wir jetzt dieses Gefäß verändern wollen, klicken wir dazu in die Cloud hinein. Hier würde ich mir jetzt einen freien Kaffee draufladen, indem ich hier einfach einen kleinen Buchstaben verändere. Und schon wird aus dem Nicht-Kaffee ein gewonnener Kaffee. Das macht es natürlich für den Endverbraucher auch sehr attraktiv, dass er in Echtzeit neuartige Ansprachen von seiner Marke erhalten kann. Das Ganze selbstverständlich datenschutzkonform nach höchsten Datensicherheitskriterien. Das ganze System erlaubt One-to-One-Marketing der nächsten Generation. Das heißt, es schafft genau die Echtzeitverbindung in der modernen Zeit, die heute attraktiv ist. Markenkommunikation war noch nie so interaktiv, so individuell, so multisensorisch und so smart.